krippenwagen-vergleich.de Krippenwagen Didersdorfer Sechssitzer im Test Das Team von krippenwagen-vergleich.de hat den Krippenwagen Didersdorfer Sechssitzer ausgiebig getestet. Die Testergebnisse unseres Krippenwagen-Tests finden Sie direkt hier runter. Mobil mit dem Krippenwagen Didersdorfer Sechssitzer Für Tagesmütter und Kitas ist ein guter Krippenwagen unerlässlich. Eine Betreuung für Kinder unter drei Jahren ist heute in aller Munde. Immer mehr Eltern sind berufstätig oder schätzen die sozialen Vorteile, die die Betreuung eines Kindes bei einer Tagesmutter oder der Kita mit sich bringt. Die Tagesmütter zum Beispiel sind inzwischen gleichwertig mit einer Kindertageseinrichtung und sind immer professioneller ausgestattet. Neben der kindgerechten Einrichtung im Haus ist auch ein Krippenwagen für gemeinsame Ausflüge eine lohnende Anschaffung. Die Hersteller haben den Trend zum professionellen Krippenwagen erkannt und ihr Angebot entsprechend aufgerüstet. Inzwischen gibt es viele Unternehmen, die Wagen und Buggys für unterschiedliche Ansprüche herstellen. Wer nach einem Krippenwagen sucht, wird namenhafte Hersteller finden, unter anderem auch den Hersteller Wagenbau Wegmann. Tradition bleibt mit fortschrittlicher Entwicklung. Der Krippenwagen Didersdorfer Sechssitzer aus dem Hause Wegmann wurde bereits zu DDR-Zeiten entwickelt. Natürlich hat der Fortschritt in der Zwischenzeit keinen Halt gemacht und der Krippenwagen von Wegmann wird kontinuierlich den Anforderungen an moderne Kinderbetreuung angepasst. Die Materialien sind allesamt besonders hochwertig und für den täglichen Alltag auf allen Wegen geeignet. Komfort und Sicherheit stehen für die Kids und Betreuer an erster Stelle. Was zeichnet einen guten Krippenwagen aus? Gleich am Anfang fällt das geringe und handliche Gewicht des Krippenwagens Wegmann auf. Der Rahmen aus Aluprofilen ist haltbar und trotzdem leicht. Ein Sechssitzer wiegt gerade mal 25 Kilogramm. Die Kids wollen an die frische Luft und mit dem Krippenwagen von Didersdorf und den großen Luftreifen ist auch der Ausflug auf Wald- und Schotterwegen kein Problem. Für die Tagesmutter oder Erzieherin ist der lange Lenker besonders komfortabel und zusätzlich kann auch eine Babyschale eingehängt werden. Regen und schlechtes Wetter machen dem Krippenwagen Wegmann nichts aus, denn alle Holzteile sind wasserfest verleimt und lackiert. Die Kleinen sitzen auf pflegeleichten, gepolsterten Bänken und können selbstverständlich mit Gurten gesichert werden. Der Klapptisch lädt zum Spielen und Festbahn ein. Sicherheit ganz groß beim Krippenwagen Didersdorfer Sechssitzer. Der Krippenwagen Didersdorfer überzeugt durch große Sicherheit für die Kinder und Erzieher. Tiefer Einstieg, sichere Bremsen, keine scharfen Kanten und zwei- oder Dreipunktgurte sind selbstverständlich. Ein Krippenwagen Wegmann ist für sechs oder acht Kinder erhältlich und lässt keine Wünsche offen. Der Wagen hat ein umfangreiches Zubehör, praktisch sind zum Beispiel der Klapplenninger, das Sonnenverdeck oder die passenden Schutzhülle. ein Krippenwagen oder Cabildes